Musik Meine neue Arbeit heißt Atmen und die ist mit Hand bestickt hat blaue Wörter auf weißer Seite und es gibt aber auch farbige Akzente in der Seite und die Wörter sind das Einatmen und Ausatmen aber hat dazwischen eben noch andere Wörter wie Durchatmen, Abdriften, Eintauchen zum Beispiel alles Mögliche, das kann man entdecken und das kann man entdecken, das kann man entdecken. Und das kann man entdecken, das kann man entdecken. Und das kann man entdecken, das kann man entdecken.